Fabian Richter, 24 Jahre, ursprünglich aus Offenbach am Main und studiere Europastudien im Master an der RWTH. Studentische Hilfskraft am Hochschulsportzentrum an dem europäischen Projekt Active Campus Europe, was sich zum Ziel gesetzt hat, Hochschulsport auch für sportlich inaktive Studenten attraktiver zu gestalten. Am 16. April geht unser Sportprogramm Move More Feel Better in die nächste Runde. Dabei haben Teilnehmende die Möglichkeit, aus einem Angebot aus verschiedenen Sportangeboten ihr eigenes Programm zusammenzustellen. Zusätzlich wird es individuelle Fitnesschecks vor und nach dem Sportprogramm geben. Wenn das was für euch ist, würde ich mich freuen, wenn ihr dabei seid. Untertitelung des ZDF für funk, 2017